So, und hier ist ein Teleporter. Ich denke mal, der wird ganz wichtig. Oh Gott, die sind auch Monster. Hör doch mal auf mit zu... Nein! Hör mal auf! Wie konnte ich vorhin die Attacke irgendwie abbrechen, aber ich weiß nicht wie. Ah, jetzt bin ich hier. Nein, lass mich. Oh Gott, du bist gebufft. Oh! Nein, nein, nein. Oh, Steinchen. Typischer Stein. Oh Gott, lass mich doch mal in Ruhe. Was soll ich? Nix, wa? Hier gibt's gar nix. Voll verarsch. Oh, Schattenstein. Gibt's hier nix. Moment mal. Hier kann man runterfallen. Runterfallen ist auch eigentlich immer eine ganz gute Option. Aua. Die Glocke hat mich jetzt ein bisschen erschrocken. Aber naja. Ach, jetzt sind wir hier. Was hat es uns gebracht? Nix. Ist das toll. Nix, hab ich ja eine Kette schon gemacht und, äh, fühl mich jetzt nicht so schlecht. Weil ich hab ja was geschafft. Was ist los? Hörst du mal auf, mir auf den Kopf zu springen? Alter! Ich drücke und drücke und drücke und lasst mich in Ruhe, bitte. Oh, ein Schlag. Okay. Tschüss. Ach, komm schon. Geht mir doch nicht auf den Nerven. So, weil ihr mir auf den Nerven gegangen seid, habt ihr das davon. Deswegen musstet ihr jetzt sterben. So, hättet ihr aufgehört damit, wenn nix passiert und ihr hättet weiter eures Lebens froh leben können. So, da ist nix. Ach, komm schon. Och Gott. Gut, dass die Viecher nicht klettern können, sagte er und sie kletterten hoch. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich blicke diesen Turm nicht. Darf ich das mal sagen? Hab ich eigentlich eine Elysiumsscherbe? Nein. Hab ich nicht. Das ist schlecht. Denn so muss ich, äh, nach Hause laufen. Das fände ich nicht so geil. Das ist eher ungeil. Wenn man das so sagen darf. Jetzt gehen wir da wieder hoch. Ich muss da oben an die Kette kommen. Aber wie? Ist da wieder einer am Schlafen? Natürlich ist da wieder einer am Schlafen. Natürlich. Natürlich, Mon. Wo war ich das so? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hauptsache, er muss dran lauben. Sehr gut. Dann haben wir noch mehr Fleisch mit. Ist ja kein Ding. Ist ja kein Beinbruch. So, wie komm ich da oben dran? Wie kommt man da hin? Übersehe ich was? Ich denke nicht. Ne, ich übersehe nix. Okay. Ich dachte schon. Aber nee. Wie kommt man da hoch? Ich meine, ich kann mich doch nicht mit irgendwelchen Steinen irgendwie random teleportieren. Lass mich mal in Ruhe. Oder? Nein, ne? War doch zu krass. Ah, ich geh mal in Höhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Ich will nix mit dir zu tun haben. Ich muss mich eine Etage höher. Ah, hier war das ja auch so wie. Was war denn hier nochmal? Ich denke, wenn ich da reingehe, dann werde ich einfach runterfallen. Das ist nicht so optimal. Hier liegt noch ein Schattensteinchen rum. Ah, ich hasse es mit zwei Orten gleichzeitig interagieren zu müssen. Das ist so schlimm. Hier pennt da unten. Wenn das hier der Morgenrauen Turm ist, dann muss es hier doch morgens sein. So, aufsteht Zeit. Oder nicht? So, was ist mit dir? Du bist... Ich bin immer noch hier, weil es der Ausgang versperrt. So, und jetzt auf der Schattenseite ist der Ausgang versperrt. Das heißt, ich brauche hier keinen Stein verschwenden. Gibt es noch höher? Ich glaube nicht, weil hier sieht es schon so kaputt aus. Richtig. Und ihr lasst mich mal in Ruhe, weil ich kann euch nicht leiden. So, hier muss aber auch eine Kette sein. Man... Oh, Lichtsteine. Stopp. Lichtsteine sind an sich relativ selten. Dachte ich zumindest mal. Bis ich hier 50 Stück gefunden habe. Kupfermünzen. Schön. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Das ist nicht so schön. Ich folge jetzt einfach mal der Kette. Mann, Mann, Mann. Dies Towers. So, und da ist ein Portal. Okay, das merken wir uns mal. Äh, was? Ich bin noch hier. Anscheinend fehlt die Energie. Okay. Hier fehlt die Energie. Das heißt, hier muss ich ein Schattenkristall werfen. Richtig. So. Da ist die Tür. Und da will ich auch hin. Dann... Erstmal nehme ich hier den neuen Lichtstein mit. Weiß Tropfen waren auch ganz cool. Gibt es die... Weiß und Schwarz Tropfen, glaube ich, gab es, ne? Keine Ahnung. So, und hier gibt es Gegner und Schattentropfen. Äh, stückischer Stein sogar. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich seine Hörner. Ah, das ist doch, Alter. Ah. Ah. Lass mich. Erstmal kriegt einer von euch auf den Kopf. Und dann kommt der andere dran, okay? Aber der ist jetzt weg. Nicht da rein. Jetzt leben die doch 100% wieder. Eide. Der andere hat sogar seine Hörner wieder. Nö. Einer tot. Gut. Das hätte ich jetzt nicht vom Spiel erwartet. Aber soll mir recht sein. Komm, steh auf. Ich sehe, man kann die zwingen, nur aufzustehen. Voll gut. So. Ich muss mal ein Metallstück mit. Da kann man hochklettern. Habe ich schon gesehen. So, und dann können wir hier die Kette... Na toll, den gibt es auch noch im Böse. Als Sensenmann. Moment, ich muss den eben fesseln. So. Bisschen gefesselt. Und dann laden wir auf und hauen den mal voll auf den Kopf. Okay? Okay. Dann hat der eigentlich nichts mehr zu melden bei uns. Und tot. Tot? Ne, der hält zwei Schichten aus. Also zwei... Zwei Runden. Nein. Komm mal hoch wieder. Kannst doch fliegen. Komm hoch. Nehmst du? Wo ist er denn? Ah, da kommt er. Mein kleiner Freund. Komm her. Komm her, mein Freund. Ich hab dich an der falschen Stelle gefesselt. Aber es soll mir egal sein. Ähm, ich möchte dich fesseln. Danke. Wenn ich das jetzt richtig... Genau. Wenn er rausrichtet, treff ich ihn sogar. Super. Ist gut. Hör auf. Aaron. Ist okay. Schattensteinchen. Liegt hier noch was rum. Hier fehlt die Energie. Die Energie fehlt. Okay. Dann müssen wir hier einen Lichtstein werfen. Ich wollte eigentlich nicht durchs Portal. Ja, ist okay. Das ist hier natürlich auch einer der Kumpels, die das, äh, jetzt Lichtversion hier rum torkeln. So, jetzt muss ich mich aber beeilen. Ich kriege zwei Ketten, kriege ich noch hin. Und dann ist die eine Kette immer noch ein Rätsel. Für mich. Für andere vielleicht nicht mehr. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir dann verdammt viele Ketten gemacht. So. Pong, Pong, Pong. Ist jetzt hier irgendwo was aufgetaucht, was irgendwie sammelbar ist. Alles ist hier am Schimmern. Das ist voll schlimm. So. Und dann gehen wir in den Teleport. Tele-Deport. Und dann... Müssen wir uns da rüber schwengeln? Oh Gott. Ob das was wird mit ihm da als Hilfe? Also Hilfe. Nicht angreifen. Aber... Ich möchte in diese Richtung. Spiel. 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 Oh Gott. Ja, da, da, da. Nein. Trifft mich natürlich. Sau. Gott. Ich glaube, den muss ich erstmal entfernen. Sonst wird das nix. Oh, und der ist auch wieder da. Warum? Warum seid ihr immer so schnell wieder da? Was macht der hier eigentlich? Hm. Krieg ich mit den... Mit der Schattenversion vielleicht den Schattenkumpel kaputt? Den hier? Nö. Nö. Pass auf. Den fesseln wir jetzt. Oh. Ich hab da was nicht bedacht. Merkt er was? Gut jetzt. Komm her. Wie gegen dich kämpfen ist jetzt nicht so geil. Weißt du das? Weißt du das? Dass das nicht so geil ist hier? Könnte ich dich mal bitte irgendwie mal... Komm, ich würde ihn ja fesseln, aber es bringt mir nix. Das war dumm. Es bringt mir rein gar nix, den zu fesseln, weil der... Wenn der sich wieder losbindet... Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hoch. Möchte da lang. Boah, ich hasse dieses... Schwingsystem. Nein. Boah, dieses Schwingsystem jetzt. Ne, hat nicht gereicht. Kacke, ich muss... Ah, ich will das jetzt schaffen. So ein... Verdammter Mist. Er bufft euch halt. Hallo. Hallo, alle Baffen. Elena verwandelt sich gerade schon wieder. Das ist nicht so geil. Wisst ihr das? Ich brauche auch noch ein bisschen Zeit, um zurückzukommen. Ich will diese Kette jetzt aber haben. Da muss ich nicht mehr hier hin. So ein Shit, ey. Ja, genau du. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her, damit ich dir auf den Sack hauen kann. Ich treffe ihn natürlich nicht. Und wenn er nicht so macht, tut ihm nicht weh. Treff dich so nicht, mein Freund. Das ist ein bisschen Kacke. Weißt du? Meine Fresse. Wenn ich dich vor dem Portal hauen will, geht das auch nicht gut. Nein. Nein. Es ist so scheiße. Guck mal auf, aua. Ist das wehgetan? Nö, ne? So, pass auf. Ich möchte so schwingen. Genau. Nein. Jetzt. Gott sei Dank. Kennt ihr das nächste Problem? Muss ihn immer noch kaputt machen. Aber hier ist es deutlich einfacher als da hinten auf der kleinen Plattform. Verdammter Mistkerl. So, und jetzt schnell. Hat nicht mal viel Zeit. Für diese verdammte Kette noch schnell kaputt haben. Und dann hoffe ich, finde ich den scheiß Weg auch wieder zurück. Das ist mir auch so eine Sache in dem Ding hier. Aber ich kann ja irgendwo überall runterfallen. Irgendwie komme ich dann raus. So, wo ist es erschienen? Hier anscheinend nicht. Wahrscheinlich schon, aber ich habe jetzt keinen Bock zu gucken. Keine Böcke. So was ist, wenn ich hier runtergehe. Ah, fast gut. Ach Gott. Ist das gut, wenn ich hier rausgehe? Ich weiß es nicht. Ja, es müsste gut sein. Pass auf. Bestimmt voll gut. Nein. Scheiße. Scheiße, zwei. Uh. Ich möchte irgendwo hier runterfallen. Oh, dann halt nicht. So ein Scheiß. Ah, hier. Hier ist gut. Hier kenne ich mich ungefähr aus. Hier kann ich mich nicht mehr runterfallen lassen, glaube ich. Ja, gut. Raus hier. Raus hier. Hier runterfallen. So. Helena wird, das, glaube ich, da war sie schon mal so schlimm verwandelt. So, so auf fast rot. Ich weiß es nicht. So ein Scheiß. Tut mir leid, Helena. Dieser Tor macht mich fertig. So ein bisschen. So ein Kack. Ja, ich weiß, liebe Musik. Du brauchst es mir nicht noch vorhalten. Vor allem, wie das hier alles dann auch noch so lila-blau gefärbt wird. Ah, ist das schlimm. Das muss doch nicht sein, so was.